Was bist du für ein schöner? Das ist der Zucker. Da geht aber etwas. Ja, einiges. Bis zu 10'000 m³ Fundation und Kiesmaterial und 3'500 m³ Bahnschotter. Hinzu kommen 2 km Gleis mit Schwelle, welchen wir ebenfalls demontieren. Das sind ja riesige Mengen. Stimmt. Umgerechnet sind es 250 gefüllte Güterwaggons. Das ergibt eine Zuglänge von etwa 3,5 km. Das alles werden wir in den nächsten sieben Tagen ausbauen und abtransportieren. Was passiert denn mit dem Material? Wir gehen sorgsam mit unseren Ressourcen um. Was wir wiederverwerten können, wird nutzbar gemacht. Ganz in der Nähe in einer Wiederaufbereitungsanlage bereiten wir das Material auf. Eine grosse Maschine zerkleinert, säubert und bereitet das Material so auf, dass wir es auf dem Baustil wiederverwenden können.